Musik 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 Hi, na, hier ist Elxwing mit DJ und Sam's Row 4 BAM Aber haben sie direkt Angst vor mir Und du sagst nichts, warum nicht? Musik Musik Ich muss hier weg Musik Du hast dich mit jemandem eingelassen, mit dem du's nicht... So, dann wollen wir weitermachen Ja, mach mal weiter, genau Nein, Spaß, wir machen natürlich zusammen weiter Wo haben wir denn stehen geblieben? Hier, Quest und so, ne? Ja, sollen wir jetzt die eine Nebenquest machen, die wir haben, aber... Ja, klar Triff dich mit Ben aufm Schiff Also, kannst du grad in die Tür reingehen Musik Ja, ich geh nur mal in die Tür, ich spring hier rum Ok Fällt ja schon mal gut an hier Das Zeichen auf meiner Brust sieht aus wie das von Star Trek Also, so ähnlich Genau Also, kein bisschen Star Trek Äh, hä? Wird alles wieder gut Wird alles wieder gut Hallo? So Benni, wo bist du? Ist er fertig? Nein Ich muss ihn erstmal noch suchen, wer hat sie versteckt? Aha Hallo Benni Wie geht's dir Benni? Es signiert ein Tuch! Ich bin in der Forschungsphase, aber der verdammte Zinn blieb auf die Internet Ich brauche, dass du das machst Normalerweise signiert man das auf der ersten Seite Guter Ben Und nicht auf der Rückseite So Das war's, glaube ich Oh nein, er kam Ziel erreicht, jo Trifft dich mit Ben aufm Schiff Und als nächstes kommt Trifft dich mit Ben aufm Schiff Willst du mich verarschen? Ja Ich muss mit ihm reden? Ich muss nochmal mit ihm reden Ich muss nochmal mit ihm reden Ich muss nochmal mit ihm reden Doch man, ne Ne Baff, Element, Eis Aufgabe abgeschlossen Ghostwriting Das wird nur noch Blitz-Element Jep, und noch eine ganze Fähigkeit Was ist das? Drifft dich mit Ben aufm Schiff Ey Drifft dich mit Ben aufm Schiff Ja, das ist halt Ich weiß jetzt, glaube ich, warum wir immer nur uns treffen müssen Weil es heißt Ja, mach das und das Mach das und das Mach das und das Aber wir haben alle Aktivitäten schon gemacht Jaja, eben Und deswegen können wir einfach Fertig labern Hallo, ich bin fertig Weil wir müssen jetzt die ganze Zeit eigentlich hin und her laufen Aber ich muss jetzt nur hier stehen bleiben Und die ganze Zeit EEE drücken So Drifft dich mit An Bord des Chefs mit Ben Das ist doch gut Das ist doch gut Aufgabe abgeschlossen Ja Blitz Das war einfacher als erwartet Ja, ich bin Ich guck gleich mal Ich bin mal gespannt welcher Am besten ist von denen Oh, jetzt haben wir nur noch eine Primäraufgabe Echt Cool Aber, hä? Was? Dann muss ich vielleicht nochmal mit ihm flirten Kann ich dir helfen? Nein 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 Ja, es ist Eigentlich müsste da kommen Hier, du hast alles für Ben getan LOL Dem sein Buch schwebt Also Der hat Seine Hände Weißt ja Er legt auf meine Schulter und so Aber die Das Buch Ist zwischen seinen Händen Schwebt so zwischen seinen Händen Und jetzt in meinem Körper Okay Und jetzt hab ich ihm das Buch gegeben So Äh Ich glaub du musst mit Äh Irgendwem Redner Oder? Auf dem Schiff Ja Steam Erfolg bekommen Hab ich schon lange Ne, Ben ja, äh Der Steam Erfolg Tut für Ben alles was du kannst Den hab ich grad schon getriegt, ja Den hab ich grad schon getriegt, ja Ja, den hab ich vorhin nicht bekommen Weil es wahrscheinlich äh Genau da abgebrochen hatte Weil wir ja bei dir gespielt hatten Heißt du noch? Sooo Rette Pierce Bist du jetzt drinnen oder? Ja, ich bin drinnen aber Also ich komm jetzt grad in die, äh In die Matrix So So Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin Dann mach ich da Jetzt noch bist du beschäftigt Feind ich grade in die Matrix Reise Bin ich nicht mehr beschäftigt Nein Nein Ey, mehr Ladebildschirm als spielen Was ist das hier? Äh, das ist Da waren wir da vorhin schon Nein, nein Doch, doch, da haben wir uns was mit Sid gestritten Weißt du nicht mehr als wir das Video gesehen haben von uns Ja, das ist ne andere Bar gewesen Nein, war's nicht Was ist das? Ich hatte nur aus dem anderen Winkel gesehen Ich habe nur aus dem anderen Winkel gesehen Ich war mit Sicherheit die gleiche Bar Nein, nein Wer gibt ja nicht nur einer? Peace Das ist ihr der beste Mit seinem Duncan Weil es 10, 2, 3 Haha Jaja 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 He Jaja Jaja Ich verstehe, ja. Das war schon recht lustig. Das ist, glaube ich, auch das Haus, oder? Ja, das ist das Haus, genau. Wieso müssen wir die Saints denn killen? Weil die böse sind? Verdammt. Aber die können doch eigentlich zu uns. Hallo, wir sind hier von Aliens überführt und die Dinger können sich in alles verwandeln? Ja, ja, sehr gut. Da auch rumzuholen. Ich heul nicht. Wir müssen da oben, glaube ich, eine Tür oder so aufmachen. Öffne die Kiste. Ach so, Kiste. Oh, was war da? Alter! Zwei Stück? Ihr seid doch krass drauf. Ja, ja, ja. Geht los. Geht los. Geht los. Ja, zwei Shotguns, oder? Ah, nein. Schön wär's, ey. Zwei Shotguns. Das wär geil. Was gibt's jetzt hier? Rocket Launcher. Rocket Launcher. Ja. Ja. Boah, Alter, ist das ein geiles Teil. Erlebst du ihn wieder? Ich hol da vorne Muni. Oh, fuck. Wo ist der? Da, siehst du auch auf der Map so. Lila. Ja, hier sind überall Lila. Zwei Stück. Ja, der muss sich nicht bewegt, Alter. Mach ich halt. Ja, ich hab aber Muni schon davor geholt. Ach, Muni, wozu raus so Muni? Wir müssen die Typen jetzt hier erstmal killen. Holst du wieder Muni da vorne? Stand doch grad daneben. Hab ich doch. Alter, bin tot. Siehst du mich? Ja, was machst du denn? Ja, mich hat der einmal mit dem Laser mit seinen Augen da erwischt. Ja. Gescheitert oder was? Nein. Bei Gescheitert kommt doch keine Sequenz. Ja, weil... Weißt du nicht. Ah, guck mal, jetzt ist... Ist aber nicht so ein bisschen... Oh, immer noch so groß. Paul heißt der. Ja. Töte die Dosen. Ich will meine... Ich will meine... Ich will meine Gun wieder haben. Nein. 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 Ich will meine Gun, von mir. I will meine Gun, von mir. Nein. Wir müssen das. raketen eine hatte ich hab keine raketen mehr was wenn ich doch die raketen nicht ich habe noch keine raketen geschossen ich habe in den shot kann dann hat er eine rakete geschossen ich krieg keine raketen hier hier ist doch warte ok jetzt habe ich wieder drei raketen ich habe keine er ist tot glaub ich die eier noch ein bisschen schießen das ist aber auch unfair wenn er sich schon so anbietet oh ein heli das zieht er auf und frisst uns ja ich kann nicht schießen ich kann nichts machen ich kann nicht schießen aber ich kann keine raketen machen ich kann nur schießen ja nur schießen aber ich kann nichts machen gar nichts wahrscheinlich weil du hinten sitzt ja und ich kann auch nichts ausrüsten dann soll ich dir denn noch angreifen ja muss er aufstehen da steht er ja da steht er wieder wow tja ja sauber verfehlt das war geil haha ah ich kann aussteigen cool das ist die statue ja das ist die statue ja geh mal zur seite pierce ja mann ich kann es nicht leiden wenn man seine kräfte nicht hat ja ach nee oder jetzt jetzt geht es gleich jetzt steuern wir wahrscheinlich die statue ja das ist richtig geil haha also wenn jetzt zwei statue sind wäre das richtig geil dann wäre das richtig ALTER wir sind zwei aaaaah geil BOOM BOOM so keep dreaming hehehe hehehe ok als was geht denn bei dem jungen ah mit rechts wir kann zu blocken also mit ja ja hab ich gemacht du blöder sack geht aber ab hier hast schon mal gesehen was wir als Waffe benutzen äh was ist das denn kennste das nicht das ist von ähm sowas zum kochen oder was ne dann äh damals haben die da mit dingens äh das benutzen die zum zum schmelzen von stahl und so dann so flüssiges gold und so ist da drin ne dann woanders rein und so also damals haben die das zumindest gemacht nein das bringt nichts doch ist fertig ahahahahaha ja einmal aufmachen bitte oooh oooh aah aah schön durch durchbohrt mit dem Tee Träger ah lecker lecker ja kann wait get back to earth right forgot to tell you earth got blown up what 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 taint's flow geschafft taint's flow voll den flow haben wir alter ey ich bin 49 Ja, ich bin auch gut neu Piers wurde wieder hergestellt Begleiter Piers Washington Superkräfteam 22.37 Das heißt wir haben noch 15 Missionen vor uns oder so Endestens Ne, 37 stand dran So, 3 Aufgaben Triff dich mit Piers aufm Schiff, das hört sich gut an Mach mal doch direkt mal Ähm, ich hab erstmal Bargeld drin Bargeld, genau Und Kräfte Neues Upgrade Blitz und Eis Genau Keine Ahnung was das Beste ist Ja, das wollt ich noch testen Ich hab mal Blitz, dann nimm du mal Eis Dann testen wir das Ja, ich kann ja durchwechseln Muss ja nur 2x F5, glaub ich, drücken oder so Oder F4 Achso, ihr geht sowieso Ich weiß gar nicht was von mir ist Oh, Entschuldigung Entschuldigung, Entschuldigung Ja, keine Ahnung Ich hab doch gerade geguckt Guck mal Der Lee's Nightblade Obwohl er direkt mit Matt reden könnte Ah So, schlägt nochmal mit dem guten Nein, Quatsch mal mit dem, damit wir dann hier das Thema abschütteln Hab ich doch schon So So Noch mal mit dem aufm Schiff treffen Naja, das müssen wir jetzt 3, 4 Mal noch mal machen Aber erstmal hatte ich Sex mit ihm Okay Achso, weil, ach so, Siehste Beseitige die Sinnsruften richtigen regeln der realität das sind die aktivitäten die man auch im freien spiel machen kann er wird das ja alles schon gemacht haben so war er in flatos strahl aber ich will das schwarze loch die schwarze loch kalonen noch haben ich weiß aber es ist alles sooo dann trifft dich mit dem auf dem platos strahlkostüm